So, der nächste ist Russell. Russell, Tag 184. Der ist gemütlich. Der geht spazieren. Der kommt auf irgendetwas. Ich werde immer gehen. Hey, du kommst? Gut. Der lebt nicht mehr. Ich sollte wahrscheinlich zuhören. Shit, shit, shit. Oh, juck. Fucking gross, man. Ich sehe dich nach unten mit deinem Freund. Das ist gross, Mann. Ich weiß nicht. Aber ich werde nicht zuhören, was du tun mit einem Todesboden zu tun. Aber wie du mit deinem Freund kriegst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du mit deinem Freund bist. Ich war nicht. Ich weiß nicht, was du mit deinem Freund ist. Was ist dein Name? Ass wife. Ich wollte sagen, du sahst wie eine Ass wife. Ass wife hat keine Manners. Die Mutter von Asswiften hat keine Manners gelernt. Aber vielleicht hat sie dich Russell genannt, und du hast keine Manners verloren, bis später in deinem Leben. Unless du hast den Begriff. Ich weiß nicht, wer du von, wenn du das machst. Vielleicht bist du in einer Gange, der liebt die Leute. Ich weiß nicht. Du bist in einer Crew? Du hast ein paar Mädchen mit hoodies? Ich bin nicht in einer Gange. Du bist fucking racist, Mann. Hey, ich bin kein racist. Ich hab ihn einfach wie ich ihn sehe. Ich hab ihn einfach in der Auto. Du wirst hier rauskommen, sonst werde ich bin. Komm schon. Scoot. Ich werde noch lange warten. Nein, ich bin gut. Ich will nicht. Jesus. Keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich bin gut. Okay. Ich bin alt für Nate. Entschuldigung. Oh, was weiß ich nicht? Ich bin gut. ich bin beeindruckt. Ich bin gut. Anhaltend. Aber ich bin gut. Ich bin straight, danke. Du bist nicht so gut, bist du? Ist das ein fucking Apocalypse? Das ist, wie... nichts. Nein, ich bin einfach gut, okay? Alles klar, alles klar. Willst du mir erzählen, wo du bist, zumindest? Du hast wohl mit einem Crew. Ein Teilback, wo du bist? Vielleicht drücken dich aus und machen ein Doubleback. Kein Teil. Dan, ich habe meine Frage. Es war eine Frau, die ich liebte, richtig? Die Argument ist die Semmatik, Russ. Gib ein Freund die Deets. Alles klar. Es waren sie von uns. Ich hatte keine Familie dort. Sie waren alle meine Eltern in Statesburg. Es war ein Vater und eine Frau über mein Alter. Ein Mann sagte er zu sein, aber niemand glaubte ihn. Er war ein Lehrer und seine Frau. Er war dieser Mann, Steve. Geh zurück zur Frau. Steve war ein schlechtes Mann. Aber jeder war mit ihm, du kennst. Er sagte sie, sie waren die magische Nummer. Also, wir haben keine jemanden in den Crew. Wir haben die Survivoren. Es war das gleiche, jedes Mal. Er... 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 Woa, ... Ich kann es nicht mehr so machen. Nach den Wochen, ich habe meine Brüder und dachte, ich könnte meine Großartige alleine machen und versuchen zu finden, meine Familie zu finden. Ich bin weg von da. Ich kann es nicht so leben. So, niemand mit der Brüder mit der Brüder? Nein, sie haben nicht. Was hast du dir? Strong Six? Just erzähl mir etwas über sie. Wie war die Brüder? Gib mir ein bisschen was. Nur ein Gerät. Russ, ich mache dir eine Service hier. Ich muss meine Beak zu verletzen. Ich habe es direkt in hier. Das ist verdammt, Mann. Die Brüder ist mir verdammt, Manners? Mal versuchen es wieder. Okay, vielleicht jemanden, der nicht so nah und nah an dein Herz. Was ist die Brüder? Komm schon, auf 1 zu 10. Was denkst du? Was ist die Brüder? Was ist die Brüder? Was war sie, was rigging? Was war sie? Was war sie? Was war's nicht so schwer? Was war sie? Was ist das? 's habe ich noch mal ein några. Schnell, Hilfe! Wenn du sagst, ich werde schlauhe. Tellt mich, Russ. Chus, Russ, calm down. Dammit. Was war ich war für ein ganzes Mantel? Will you load that? Bullets in the glove there. Let's look for some supplies in here. See if we can fill up while we're at it. Don't be mad. Fine, be mad. Just stop being a pussy. I- Oh shit! Go! Get- Ross! Get the fuck down, man! You don't wanna be there! Get to the truck! I'll cover you! Okay. Get ready! Don't stop running! And keep your head down! Asswipe can move. What happened to- I'll cover you! Look how good you did! Alright. What are we gonna do? First, we're gonna figure out exactly where this asshole is. Just get a quick glance. Down! See? Easy. Now we know where he is, we can fucking get him. Alright. Yeah. That's the spirit. Let's push this truck for cover. Okay. It's in neutral. Just keep your head down. Shit! Just keep pushing! Shit! Push! Ugh! Ugh! End of the road! What now? We're gonna get around the side of the building. We gotta go from cover to cover. Seriously this time. We're not fucking around. You're gonna cover me? If we get to that car, we'll be out of the line of fire. Here. You can cover me first. I'm not fucking around. You cover me, then I'll cover you. Or if you wanna go first, that's fine too. I'll cover you. I'll cover you. You go first. Just shoot at the window and keep that fucker's head down till I get where I'm going. Then throw me the gun, and I'll do the same. Ready? Yeah. You ready, Russ? I'll cover my ass now. Remember, don't stop shooting. Fire! Alright, throw me the gun, and I'll cover you! Go! Good job! Now what? We get over there, and we should be good. Go! Thanks. We're not done yet. Let's see if we can get in around back and sneak up on this asshole. Follow me. Man, what are we doing? Well, we gotta get in there. Fucker shot at us! Russell, relax, man. When this is over, we're gonna take what we can, head on down to your Grand's, and have a big ol' home-cooked meal, alright? Come on. Watch out for that. What's the problem? We should put it out of the misery. It's fucking dead. Come on. Russ, come on! Come on. Come on. Come on. Come on. Okay, it's clear. Keep your head down, and follow me. You got it? You got it. You got it. Alright. We're gonna be fucking quiet. We're gonna sneak up on this son of a bitch and take him out. You hear me? Not a fucking beep. Let's go. I see him. Check through the window. See if there's anyone else. I think I saw a guy. No shit. Grab him. I'll cover you. You want to sneak up? Just jump out and grab him. Your call. Wolf! Get the fuck out of here, you monsters! Whoa, Gramps! I told you not to come back here. Think you could just leave your mask at home? And now you're with this fucking spook. First off, watch the fucking racism. This is my boy. Secondly, I don't fucking know you. We were just passing by like anyone else. Bullshit! You came back to finish us off and take all our food. You've lost your goddamn marbles. She's dying and now she can see your face. Mask? What's he talking about? Fuck if I know, he's crazy. Have you been here before? Russell, don't you start. You tried to kill us for no goddamn reason. If anything, we should take you out for that. Please just get the fuck out of here. Please leave us alone. What do you say, Russ? Should we just kill these folks and take all their stuff? Are you serious? Maybe. Why not? That's fucked up. There are real fucking monsters out there. No shit. And you're just gonna joke about the shit I see. Fuck you, Nate. I saved your ass. You didn't do shit. Easy, Russ. I'm not hurting no one. And don't you hurt these people either. Come on! Can we still be friends? No. Hello my dear friends. It was from the Walking Dead. From the last episode of the season. Or better said, from the last episode of the DLCке to the season. I hope it had all their fun? gemacht und ihr bleibt mir wie immer mit einem Abo und einem Daumen rauf gewogen und in der Videobeschreibung der Link zum Lieblunk mit dem ich da alles kurz online let's play und natürlich der Link zu all meinen laufenden Let's Plays. Ich verbleibe auf jeden Fall als euer Gaming Dragon mit einem heißen Forio mit diesem Paar.